ja und da sind wir mittendrin im neuen free to play von emergency emergency wer es nicht kennt ist eine rettung simulation spiel würde ich bei dem jetzt nicht mehr ganz so sagen aber es war auf einem guten weg ich bitte seit anfang an seit dem ersten emergency eigentlich emergency 4 richtig intensiv gespielt und jetzt ist ein free to play nach dem mobile ableger ist jetzt ein free to play auch auf steam erhältlich ich habe schon ein bisschen gespielt wie man sieht habt ihr 60 level 260 xp braucht noch ein paar 80 xp für den level aufstieg und ja wir werden uns heute mal anschauen ich kann gleich dazu sagen natürlich ist es kein vollwertiges emergency mir fehlen auch ein paar dinge dazu kann ich vielleicht in der mission was sagen wie ihr seht hier verschwinden auch manchmal sie sind zeitabhängig aber sie wiederholen sich leider teilweise auch wir werden jetzt erstmal zum einstieg hier so eine schöne level eins spielen hier in countryside da haben wir eine zusammenfassung es ist ein sonnenaufgang das sind unsere belohnungen und wir werden das natürlich im einzelspieler spielen um hat man auch die zeit gesehen eine minute werde einsatz noch gelaufen und dann hätte ich mir einen neuen suchen dürfen so wir haben schwierigkeitsgrad kein kein keine handicaps blablab und genau alles was hier unten steht belohnung für den abschluss und hier haben wir lkw fährt gegen brücke wir haben keine schaulustigen wir haben 100 prozent einheiteneffizienz also kein makel wir haben hier noch können wir okay habe ich das doch passiv muss ich doch nachher noch mal schauen okay wir haben hier ein paar karten da können wir nachher auch noch mal reinschauen das habe ich jetzt ganz vergessen und wir haben noch power ups kann man sich noch können wir uns mal nachher anschauen kann man zusätzliche karten reinnehmen um sich das spiel ein wenig zu erleichtern und es gibt natürlich auch globale karten so wir haben hier doch schon lustige also holen wir als allererstes mit einem links klick hier unsere einheit dann holen wir uns natürlich auch ein feuerwehrwagen der leute hier rausschneidet und dann noch einen tanken wagen am besten dass wir gleich die leute da abtransportieren rechtsklick werden die leute hier rausgeholt und dann können wir hier mit einem rechtsklick die schaulustigen vertreiben das werden wir natürlich machen ein rechtsklick hier die leute aus dem auto oder die person aus dem auto schneiden was mir jetzt schon fehlt ist der kran nein nicht nicht mal der kran ich glaube ein kran gibt es sogar hier auftrag ausgeführt allerdings fehlt mir das ding auf die autos hier abzuschleppen auftrag ausgeführt jetzt eine emergency aber hier leider noch nicht vielleicht haben wir noch ein paar fahrzeuge dazu aktuell nichts sagen ich glaube die mission hatte ich jetzt drei mal in dem spiel erstmal wieder zurück dass der platz ein bisschen frei gemacht wird hier wo man denn jetzt hier nicht brauchen auftrag ausgeführt auftrag ausgeführt hier sieht man jetzt kommt der zweite brennende hütte da können wir jetzt gleich mal hier schön an auftrag ausgeführt auftrag ausgeführt und dann brauchen wir ein kran fahrzeug und dann haben wir hier noch ein person aus innenraum dafür brauchen wir feuerwehrmänner ein einsatz wurde abgeschlossen jetzt schon zum glück aber das dauert ein bisschen so die löschen jetzt erstmal man kann auch kühlen natürlich die leute da rausholen können sobald der kran seine arbeit erledigt hat sieht man der kran nimmt auch schaden wir riskieren es einfach mal würde ich sagen so müsste ich ihn weg fahren dann gibt es noch sekar einheiten es gibt natürlich auch immer bösewichte in dem spiel ist ja klar ohne schießerei geht hier gar nichts ich weiß nicht ob ich warten muss bis der kran weg ist bis er den baum weg geschafft hat oder bis das ding gelöscht ist wenn so dann nicht ein oder würde gern so weinen jetzt kann man das hier kühlen so lang der darf dann zur basis zurück warum auch immer hier ist auch gekühlt dann brauchen wir natürlich einen die den da rausholen das ist gekühlt da passiert nichts mehr das ist auch gekühlt da passiert auch nichts mehr so jetzt holen wir dann noch eine person zurück jetzt kann es natürlich gut sein dass wir da gleich nochmal Angekommen die den da rausholen die letzte person Notarztin die sind qualifiziert dafür man hat die vorgefertigte blöde in der man die leute behandeln muss jetzt habe ich irgendwie daneben geklickt jetzt behandelt er hin genau und jetzt kommt er noch eine dritte mission dazu und dann haben wir alle drei in der ersten level geschafft kann ich hier bei ihm noch zum beispiel shift u drücken setze spezialfertigkeit ein wird gemacht so jetzt kann ich dann eine spezialfertigkeit anwenden und dann wird der junge schneller behandelt habe ich bisher allerdings noch nie gemacht jetzt ist er fertig jetzt nimmt er ihn mit und jetzt kommt schon der neue Einsatz wir haben hier wir müssen hier jemanden rausschneiden wir haben hier einen schwerverletzten also nehmen wir erstmal den hier dann nehmen wir natürlich den Kran der kann gleich mal das Ding hier wegheben dann brauchen wir Spezial den hier und dann brauchen wir noch einen Polizeiwagen den können wir uns zu verschütteln das ist unser Notort naja klar der frettet sich rein bisschen im Kreis dann schieben wir die Jungs wieder weg so was macht der Kran jetzt er chillt da ein bisschen ach ne der braucht ah der ist da ins Loch ah ins Ding gefahren okay alles klar verstehe das ist natürlich nicht so geschickt dann brauchen wir natürlich einen Krankenwagen und umso mehr Leute man natürlich da einsetzt umso schneller geht das Ganze auch und setzt er den ab und die Feuerwehrleute da hinpacken können wir den schon mal zurückschicken können wir auch zurückschicken wir haben auch nichts mehr zu tun also hier sind wir auch ein bisschen schneller wie der Kran dann brauchen wir den Notarzt äh dann kann ich mal den Baum aber jetzt haben wir hier eine Zeit laufen auftrag ausgeführt das rein ausholen so die kann man gleich wieder einpacken so und das ist ja die letzte Mission das heißt danach ist es schon rum so jetzt können wir hier ein bisschen warten bis der äh Sanitäter der ist ein bisschen schneller ja den zu heilen kann der nämlich theoretisch den gleich einpacken aber wir können ihn jetzt mal versuchen dann schicken wir ihn zurück die Person so wir schicken den Notarzt gleich wieder nach Hause dann macht der hier ratzfatz Auftrag ausgeführt nimmt den mit und dann geht es auch nach Hause also sobald wenn es gelb ist der Kollege dann müssen wir Auftrag ausgeführt eine Notarzt hinzuziehen denn wer blau ist können wir das mit dem Sanitäter erledigen ein Einsatz wurde abgeschlossen ja damit sind wir rum erster Einsatz abgeschlossen und jetzt warten wir bis der Erfolg kommt und hier haben wir ein paar Karten mal schauen was uns gefällt äh Schusswaffeneinsatz Explosionsschutz Notarzt Explosionsschutz Streifenwagen Elektro Nahkampf Schutz für den Wagen also eine Belohnung wählen wir auf jeden Fall äh Schusswaffenschutz ja da nehmen wir das hier so dann ist das zu Ende und wir sind schon wieder eine Level aufgestimmt wir haben hier eine Belohnung wir gehen weiter zu den Einsatzkarten zur Einsatzkarte und haben erstmal einen Levelaufstieg natürlich kriegt man hier tolle Belohnung äh irgendwelche Credits und irgendwelches Gedöns äh wir schauen natürlich erstmal unsere Sammlungen an und haben hier Upgrades jetzt zum Beispiel ähm hier kannst du Spielverfügbaren an Upgrades einsehen das möchte ich aber gar nicht möchte gar nicht alle einsehen sondern ich möchte eigentlich die einsehen ähm ja ich hab da doch schon geklickt ähm die ich habe wo finde ich die denn Bundles Featured Einheit Customations erforschen ne verbessern äh Eigenschaften blablabla gewöhnlich ja ja das ok 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 ja ok bestätigen ok so ok das sind jetzt all unsere Karten ah hier hm hier ist das Schloss das sind jetzt meine freigeschalteten ich kann immer aktuell drei mitnehmen ich habe jetzt hier diese passive passive Fähigkeit ausgewählt dass der ähm selber wegfährt Schmerzmittel das die Sanitäter schneller sind und jetzt kann ich mir noch irgendwas auswählen zum Beispiel dass die nicht schneller raustragen ähm wenn ich es anklick kann ich es natürlich verbessern entweder hier mit den Dollar Gradits oder das hier wahrscheinlich Diamanten oder was auch immer das ist das könnte ich jetzt bestätigen muss ich die erst muss ich die erst angucken bevor ich die denn habe oder warum hat das jetzt vorher funktioniert weil ich habe mir jetzt nichts gemacht was ist denn jetzt da grau warum sind die jetzt grau warum ist das nicht grau ich verstehe es aktuell nicht ich habe vorher auch nichts verbessert muss ich die hier oben anklicken muss ich da mehr Karten sammeln ich weiß es aktuell noch nicht das wurde mir noch nicht erklärt das sieht aber irgendwie nach ich kann es halt verbessern das kann ich nicht verbessern das ist schon super toll oder ich habe einfach zu wenig dann kann man ja die Einheiten customisen das kostet natürlich alles gelb ist klar Offroad ja hier mal gelb machen ja bisher habe ich aber noch nichts davon ich habe einfach nur Einheit Basis ja sollen wir uns noch mal eine Mission gönnen Alarmbereitschaft aktiv wir gehen zurück wir gehen schauen wir mal hier noch rein hier kann man natürlich toll einkaufen gehen was wir auf keinen Fall wollen wir gehen noch mal ins Spielen hier gibt es natürlich auch wöchentliche Aufgaben und tägliche Aufgaben überwältige Schläge habe ich bisher noch nichts gehabt wir könnten aber sagen wir spielen einfach mal ähm Level 1 ach ich weiß nicht bis Level 19 ja los lasst uns noch mal in Level 1 spielen der Levelaufstieg soll ja ist ja anscheinend ein bisschen langsamer aber ich habe verstehe die Level noch nicht weil hier steht jetzt Level 11 ich bin Level 7 erst das ist ja Pipifax vielleicht weil ich so ein altgedienter bin ne so das habe ich wie gesagt noch nicht verstanden aber gut wir nehmen jetzt die 2 das sollte eigentlich auch reichen und siehe da wir haben viel Feuer unterwegs zum Einsatzort das bedeutet wir brauchen viel Feuerwehr sind unterwegs unterwegs zum Einsatzort angekommen ein Polizeiwagen angekommen sind unterwegs nicht 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 die Personal wird abgesetzt ah die Personal wird abgesetzt wird eingesetzt nicht ah ok kann man auch automatisch nehmen ok wollen wir erstmal die Schaulustlinge weg erwarte Anweisung die Mordisch gehen schön nacheinander gehen die Auftrag ausgeführt Auftrag ausgeführt Anweisungen so bereit den Auftrag ausgeführt Auftrag verstanden bereit bestätigen Auftrag ausgeführt so dann schicken wir die in Hause angekommen wird gemacht wir schicken auch nach Hause das war relativ einfach so jetzt haben wir wieder die Hütte lustigerweise ok also dann suchen wir uns wir sind unterwegs den Wagen den Wagen sind unterwegs und den Kranwagen um das schneller zu löschen wäre es wahrscheinlich nicht schlecht wenn wir den erstmal holen dann haben wir vielleicht sogar noch eine bessere Chance der nimmt Schaden ja wir müssen es aber schneller löschen damit wir die Leute schneller da raus kriegen nehmen wir das mal aus ob das eine bessere Taktik wie vorher ist so jetzt muss nur der Kran seine Arbeit ein bisschen schneller erledigen er ist natürlich super vorsichtig bei so einem schweren Bolzen Auftrag ausgeführt Befehl nicht durchführbar Befehl nicht durchführbar bestätige so er hat sein Auftrag ausgeführt dann löschen wir die Bäume angekommen höre Auftrag ausgeführt so dann schicken wir die alle zurück kehre zur Basis zurück und dann holen wir uns gleich einen Sanit sobald hier was frei wird wir haben halt nur maximale Plätze haben wir uns auf jeden Fall mal einen Sanitäter und einen Ankommen ausgeführt Unterweg zum Einsatzort höre das passt ja eigentlich oder bereit kehre zum Fahrzeug zurück angekommen Personal wird abgesetzt bestätige dann kann der Sanit auch schon wieder gehen dann macht der äh dann machen die Sanit das dann kann der Notarzt schon wieder nach Hause fahren und dann kommt doch gleich hier der nächste der nächste Einsatz von der Grafik zweckmäßig aber ich kann mir nicht helfen diese Spiele einfach aber auch die ganzen anderen Merchants immer wieder zum Räkeln verführen und einfach äh ja nicht so tolle sind von der Performance immer schon schwierig gewesen bei Six Tones sind unterwegs nehme Schaden ja so schlimm ist das nicht bestätige nehme Schaden bereit verstanden höre erwarte verstanden so schön kühlen hier aber besser gesagt löschen was ist denn mit dem hier hat der jetzt zurück oder ist er schon weg oder was der kommt von da hinten Wind Wind wechsel in Richtung West Auftrag ausgeführt Wind was Wind wechsel in Richtung West okay da gibt es aber nichts mehr zum löschen Auftrag ausgeführt höre Auftrag ausgeführt das Passiv Ding hier funktioniert nur halbmäßig wahrscheinlich nur wenn der Einsatz aktiv ist oder wie bereit Auftrag ausgeführt komisch kehre zur Basis zurück erwarte Anweisungen ja und schon haben wir die zweite Mission geschafft setze Spezialfertigkeit ein kehre zur Basis zurück der fährt jetzt allein zurück okay ich habe noch gar nichts gedrückt aber gut damit ist auch diese Mission erledigt ein Einsatz wurde abgeschlossen das ging ziemlich flott haben wir den abgeschlossen wenn wir auch noch Kronen und so ein Zeug ja und das wäre eigentlich schon alles was ich zu dem Spiel grob zu sagen hätte wie gesagt ist kein Highlight ist halt ein Free to Play Spiel mehr gibt es halt eigentlich nicht groß zu sagen was ist das hier Boostergewehren Extras aha ja dann nehmen wir doch das wird ja wohl was tolles sein ich habe die meisten Brände gelöscht von mir die meisten leicht verletzten und die meisten leicht verletzten abtransportiert ja natürlich ich könnte auch mal so eine größere Mission eigentlich probieren oder sollen wir mal eine zweier probieren also hier sieht es doch gut aus neblig oh schade weg ist es da gehen wir da hin also los wir probieren das schauen wir mal was da uns erwartet in Level 2 sozusagen in Labortron ui da geht schon mehr mal sehen die zwei Sachen hier mal mit ok was haben wir da unten Schießerei also S.E.K. Einsatz unterwegs zum Einsatzort da brauchen wir die Polizei unterwegs zum Einsatzort müssen die Leute ja noch abholen unter Beschuss unter Beschuss erwarte Anweis unter Beschuss unter Beschuss zack 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 los macht euren Job unter Beschuss 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 sehr schön wie die sich gucken da nehmen wir doch gleich einen Sanitäter ich weiß jetzt nicht ob es gut ist wenn ich die da oben hinfahre halt wie sollen die denn ach die müssen da außen rumlaufen dann oder oder hier runter halt so jetzt haben die sich schon alle ergeben wenn man nämlich das S.E.K. schon mal wegbringen hier mal ein paar Leute aufführen so und dann brauchen wir natürlich noch Kehre zur Basis zurück äh nochmal ein Polizeiwagen auf jeden Fall Kehre zur Basis zurück Kehre zur Basis zurück und nochmal einen der hier ein Polizeiwagen der die festnimmt also holen wir uns erstmal einen Polizeiwagen unterwegs zum Einsatzort holen wir uns noch Krankenwägen unterwegs zum Einsatzort unterwegs zum Einsatzort unterwegs zum Einsatzort Auftrag ausgeführt Auftrag ausgeführt so der Sani ist schon fertig die nimmt den schon mit und warten wir hier auf die Wägen Auftrag ausgeführt Zielort erreicht Führt Angekauft Personal wird abgesetzt So Sätze spezial Verstanden Na klar Spezialfähigkeit wenn wir sie schon haben Setze spezial bestätigen wir sie natürlich auf ein Führer Kehre zur Basis zurück So der kehrt zur Basis zurück sobald er eingestiegen ist der hier wartet Führer Kehre zur Basis zurück So dann haben wir das auch schon hat ziemlich viel Rot aus her geht's da kommen sicher noch schwierigere Aufgaben Auftrag ausgeführt Neuer Einsatzbefehl eingegangen und wir haben jetzt schon einen Oh viele Schläger und Auftrag ausgeführt Das ist die Frage brauche ich dafür SIK oder reicht da äh Sind unterwegs Auftrag ausgeführt Ich denke mal nicht oder da reicht eigentlich Polizei Unterwegs zum Einsatzort Kehre zur Basis zurück Angekommen Höhre Höhre wird abgesetzt Verstanden Okay Prophezei geht schon mal Höhre wird angegriffen Werte Anweisung Verstanden Ah ist die Karten Höhre wird abgesetzt Werde angegriffen Verstanden Oh, die chillen hier gerade. So, der chillt. So, der ist fertig, dann können wir den nämlich auch da hinsetzen. So, dann haben wir ja ganz schön viele. Die hier versorgt werden müssen. Mann, 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 das artet ja aus hier. So, brauchen wir noch einen Krankenwagen, wäre schön. Muss man da noch irgendjemand abnehmen? Ne. Da ist noch was. Da ist noch ein. Was ist mit dem da los? Äh, brauche ich da nochmal einen Polizeiwagen? Unterwegs zum Einsatzort. Unterwegs zum Einsatzort. Erwarter Anweisung. Heere zur Basis zurück. Was ist denn da mit dem Fähnchen? Ein Polizist brauche ich. Okay, alles klar. Setze Personal ab. Sieht so ein bisschen panisch aus. Ah, der hat sich ergeben jetzt. Er ist nicht panisch, der hat sich einfach nur ergeben. Sätze speziell. Wird gemacht. Auftrag ausgeführt. Erwarter Anweisungen. Erwartere zum Fahrzeug zurück. Erwartere zum Fahrzeug zurück. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Und einen neuen Einsatzbefehl. Okay. Und die fahren einfach mal gnadenlos da durch. Sind unterwegs. Dann brauche ich einen Notarzt. Sind unterwegs. Zielort. Personal wird abgesetzt. Bereit. Verstanden. So, dann brauche ich viele Sanitäter. Oh, und einen Feuerwehrwagen. Natürlich. Sind unterwegs. Zielort erreicht. Personal wird abgesetzt. Der kann erstmal hier. Sanitäter einmal. Muss ich mal einen Feuerwehrwagen. Auf Tragenau wird abgesetzt. Bestätige. Kehre zur Basis zurück. Höre. Sätze. Zielort erreicht. Schön rückwärts eingepackt erstmal. Erwartere Anweisungen. Wird gemacht. So, dann brauche ich noch mal. Neuer Einsatz wurde abgeschlossen. Ah, was hole ich zuerst? Eingang mal. Ah, die sind auch fertig da. Unterwegs zum Einsatzort. Bereit. Kehre zum Fahrzeug zurück. Erwartere Anweisungen. Kehre zur Basis zurück. Auftrag ausgeführt. Höre. Höre. Zum Beispiel hier. So soll ich den da noch raus holen. Höre. Höre gemacht. Höre gemacht. Dann kann nämlich der Mutarzt hier weitermachen. Erwartere Anweisungen. Auftrag ausgeführt. Höre. Höre gemacht. Höre gemacht. Dann kann nämlich der Mutarzt hier weitermachen. Und noch meinen Krankenwagen. Und noch meinen Krankenwagen. Und noch meinen Krankenwagen. Auftrag ausgeführt. Zielort erreicht. Ah. Unterwegs zum Einsatzort. Kehre zur Basis zurück. Erwartere Anweisungen. Höre. Zielort erreicht. Höre. Höre. Höre gemacht. Höre. Höre gemacht. Höre. Höre. So, die Freihauerleute sind auch fertig. Erwartere Anweisungen. Bereit. Brauche ich noch? Brauche ich noch? Kehre zur Basis zurück. Kehre zur Basis zurück. Einsanitäterwagen. Sind unterwegs. Erwartere Anweisungen. Personal wird zurückbeordert. Auftrag ausgeführt. Kehre zur Basis zurück. So. Auftrag ausgeführt. Erwartere Anweisungen. Der fährt auch wieder rückwärts. Personal wird Zielort erhalten. Erwartere Anweisungen. Parkt auch wieder rückwärts da ein. Setze Spezial... Bestätige. Setze Spezialfertigkeit ein. Auftrag ausgeführt. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Was? Nochmal Schaulustige. Was ist jetzt los? Unterwegs zum Einsatzauftrag ausgeführt. Uiuiui. Da geht's ja richtig ab. Eieieiei. Okay. Also. Wir brauchen einen Kran. Kran muss erstmal sehen. Nochmal wegkrieß. Bereit. Die da. Setze Personal ab. Warum da jetzt auch immer Schaulustige sind. Warum auch immer da Schaulustige sind. Bereit. Auftrag ausgeführt. Kehre zum Fahrzeug zurück. Kehre zur Basis zurück. Kehre zur Basis zurück. Kehre zur Basis zurück. Zielort erreicht. Auftrag ausgeführt. Hier brauche ich irgendwie Feuerwehr. Ja. Okay. Bringend Feuerwehr. Bringend Feuerwehr. Kann ich hier? Ne. Leiterwagen. Setze Spezialfertigkeit ein. Auch nicht. Ah. Dann muss ich den erst. Äh. Kehre zur Basis zurück. Auftrag ausgeführt. So. Dann schicke ich den mal hier hin. Personal noch im Einsatz. Oh. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Erwartet. Verstanden. Okay. Den Einsatz haben wir abgeschlossen. Ah. Jetzt wird es doch schon ein bisschen hakeliger erstmal. Aber nun wird es wahrscheinlich. Unterwegs zum Einsatzort. Feuerwehr schicken. Dann brauchen wir ein normales Feuerwehrauto. Unterwegs zum Einsatzort. Und eine Leiter. Zielort erreicht. So. Wenn der nämlich fertig ist. Angekommen. Personal wird abgesetzt. So. Der muss jetzt nämlich hier hoch. Zielort erreicht. Höre. Und dann müssen die hier hoch. Höre. Und dann kann man den hier nämlich nach Hause schicken. Wenn die den da runter geholt haben. Holen wir einen Notarzt. Auftrag ausgeführt. Bereit. Höre. 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 Es dauert ganz schön bis der weg ist. Und dringend Notarzt. 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 Unterwegs zum Einsatzort. Dass wir den hier behandeln können. Sonst kann man den nicht abtransportieren. Auftrag ausgeführt. Erwarte Anleitung. Dann schicken wir die nach Hause. So. Dann ist der Notarzt da. Der Notarzt kann erstmal den da hinten behandeln. Schicken wir die nach Hause. Auftrag ausgeführt. Schicken wir die nach Hause. Und dann schicken wir die nach Hause. Höre. Kehre zur Basis zurück. Und dann holen wir uns mal hier Sanitäterwägen. Unterwegs zum Einsatzort. Zwei Stück. Erreichen auch. Erwart. Zielort erreicht. Bestätige. Setze speziell. Bestätige. Erwarte Anweisungen. Setze speziell. Wird gemacht. Bereit. Steige ein. So. Dann kann der schon nach Hause fahren. Guck mal. Das sind drei von acht. Naja. Das ist aber schon ordentlich anders. Und beim anderen sind es drei. Auftrag ausgeführt. Neue. Auftrag ausgeführt. Okay. Auftrag ausgeführt. Unterwegs zum Einsatzort. Auftrag ausgeführt. Höre. Höre. Kehre zur Basis zurück. Angekommen. Angekommen. Uiuiui. Da hat irgendwas gescheppert. Zielort erreicht. So. Dann brauchen wir einen Kranwagen. Sind unterwegs. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Dann brauchen wir Feuerwehr. Sind unterwegs. Gehe mal wieder Schaulustige wie immer oder? Ne. Haben wir nicht. Zielort erreicht. Dann holen wir den hier. Auftrag ausgeführt. Personal wird abgesetzt. Erwartet Anweisungen. Bestätige. Bereit. Personal wird abgesetzt. Bestätige. So. Dann holen wir den nämlich hier weg. Auftrag ausgeführt. Erwartet Anweisungen. Dann löschen wir das noch. Muss das eigentlich schon cool sein. Auftrag ausgeführt. Kehre zur Basis zurück. Kehre zur Basis zurück. Kehre zur Basis zurück. Dann können wir ihn schon mal abdampfen. Dann holen wir in der Zeit die Leute da raus und schicken nochmal einen Krankenwagen. Sind unterwegs. Kehre zur Basis zurück. Höre. Auftrag ausgeführt. Höre. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Erwartet Anweisungen. Also kann er nicht ansteigen. Erwartet Anweisungen. Auftrag ausgeführt. Verstanden. Höre. Personal wird zurück beordert. Setze Spezialfeld ein. Eine Schießerei. Sind unterwegs. Unterwegs zum Einsatzort. Ach. Kehre zur Basis zurück. Kehre zur Basis zurück. Kehre zur Basis zurück. Erwartet Anweisungen. Bereit. Okay. Was ist das Schießen? Die denn rum? Unter Beschuss. Erwartet Anweisungen. Erwartet Anweisungen. Unter Beschuss. Unter Beschuss. Erwartet Anweisungen. Unter Beschuss. Ohne Online. Je Polizei war auch weg. Unterwegs zum Einsatzort. Sind unterwegs. Kennecke. Weitere. Werde zur Basis zurück. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Zielort erreicht. Der Verzweifung. Die Straße von Abflug. Für eine Schuss. Die Straße von Abflug. Meierer Einsatz będzie. Erwartet Anweisungen. Erwartet Anweisungen. Unter Beschuss. Na super, also 1, 2, 3, 4, einpacken, einpacken, mit 2, oh hier haben wir auch schon wieder Schießerei, es wird ganz schön viel rumgeballert hier in der Stadt, so hier oben sind auch noch 3, so ein bisschen hier Eskalation gerade, so, dann brauchen wir hier nochmal einen Polizeiwagen, um die alle wegzubringen, hei, 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 ist aber auch haarig hier, bereit, erwarte Anweisung, gehe zur Basis zurück, nein, nicht zurückkehren, hier hin, ja, der kann zurück, genau so, 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 dann brauche ich hier jemanden, sind unterwegs, bereit, bereit, verstanden, da war es halt, auftrag ausgeführt, bereit, kehre zur Basis zurück, bereit, führe, Zielort erreicht, führe, kehre zur Basis zurück, bereit, Auftrag ausgeführt, bereit, kehre zum Fahrzeug zurück, neuer Einsatzbuffet eingegangen, ey, 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 wie soll ich denn das alles schaffen, Leute, Personal wird abgesetzt, okay, jetzt weiß ich, warum da, äh, gut, dann muss ich erstmal hier hin, dann muss ich eine Bombe entschärfen, das wird noch ein bisschen lustiger, also, erstmal war ich SEK, dann brauche ich hier so einen Ingenieurwagen, sind unterwegs, unter Beschuss, oh mein Gott, es fährt erstmal hier und weiß noch, unter Beschuss, wird gemacht, unter Beschuss, wird gemacht, Auftrag ausgeführt, unterwegs zum Einsatzort, Zeit kann der mal die Bombe entschärfen, oder? Vielleicht kann ich es sogar machen, oder? Angekommen, 40 reicht das? Das wird ganz schön gemacht, höre, erwarte Anweisungen, höre, bestätige, so, hier brauche ich nämlich auch noch, aber das sieht nicht gut aus, aber das sieht nicht gut aus, betreten gefahren bereich, betreten gefahren bereich, betreten gefahren bereich, auftrag ausgeführt, juhu, Auftrag ausgeführt. Auftrag ausgeführt. Kehre zum Fahrzeug zurück. So, dann können die nämlich fahren. Der kann auch wieder fahren. Erwarte Anweisungen. Dann brauchen wir Sanitäter. Sanitäter. Und nochmal Sanitäter. Sind unterwegs. Zielort erreicht. Bereit. Verstanden. Höre. So. So, dann werden wir die erstmal hier abholen. Höre. Personal wird abgesetzt. Höre. Wird gemacht. Höre. Personal wird abgesetzt. Verstanden. So, dann kann sie hier einsteigen und nach Hause fahren. Auftrag ausgeführt. Auftrag ausgeführt. Kehre zur Basis bereit. Auch nach Hause. Auftrag ausgeführt. Höre. Kehre zur Basis zurück. Kehre zur Basis zurück. Bereit. Und nämlich noch einen Sanitäter. Unterwegs zum Einsatzort. Und dann ist es fast schon durch. Jetzt haben wir echt lang gespielt. Aber gut, das war ja weil wir ein zweites Level gespielt haben. Angekommen. Bereit. Personal ab. Bestätige. Erwarte. Personal. Kehre zur Basis zurück. Der muss nämlich nur hier eingeladen werden. Und dann haben wir noch 10 Minuten Zeit. Erwarte Anweisungen. Auftrag ausgeführt. Auftrag ausgeführt. Zur Basis zurückkehren. Und dann haben wir das auch. Schön. Gut. Dann schauen wir mal, was wir noch für eine tolle Belohnung gekommen. Okay, das ist schon was anderes. 7 von 8. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Wir sind ehrlich gesagt auch Einsätze, die ich schon in den Merchants immer gehasst habe. Die Polizei und Schießereien. Wie es halt ständig Schießereien geben würde bei uns. Ständig. Überall. Aber gut. Was will man machen? Explosionsschutz, Feuerschutz, Elektro-Widerstand. Ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach das. Gut. Dann, äh, was? Alarmbereitschaft ausgelassen. Aktivieren einen neuen Booster. Ah. Einen neuen Booster. Alarmbereitschaft. Keine Ahnung, was sie damit meinen. Video aktivieren. Sie gehen über verschiedene positive Aspekte. Die Alarmbereitschaft kann aktiviert werden. Ah. Mehr Team-Germann-Boost nutzen. Okay, alles klar. Und das, ja, Power-Ups können während einer Schicht eingesetzt werden und bieten sofort Lösungen für dringliche Probleme. Globale Karten gewähren dem gesamten Team Boni, wenn sie ausgerüstet sind. Globale Karten werden bei Aktivierung verbraucht. Ah, okay. Verstehe. Und die da, die Upgrades, werden die auch verbraucht? Und scheinen nicht. Okay. Auf jeden Fall habe ich zwei aktiviert. Kann ich es hier aktivieren? Ich verstehe es immer noch nicht. Naja, wie dem auch sei. Ich habe es auch ohnehin gekriegt. Alles, gar kein Problem. Dann, äh, ja. Kann ich aktivieren. Ah, okay. Könnte ich aktivieren. Alles klar. Sehr schön. Gut. Das ist der Merchendsee. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt oder nicht. Ich hoffe nebenher, sage ich mal, ganz nett. Es gibt natürlich keine Story, wie immer. Aber die Storys aus dem alten Merchendsee sind jetzt auch nicht gerade glänzend. Aber, naja, was soll man machen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer. Tschüss. sehen halt Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.